Wenn Sie Zendesk für E-Mail Support verwenden, dann arbeiten Sie schon mit einer ausgezeichneten Weltklasse Helpdesk Software. Aber wenn Sie Zendesk auch für Live-Chat und Messaging, Telefonsupport und Management Ihrer Wissensdatenbank nutzen, dann haben Sie eine echte Omni-Channel-Lösung. Omni-Channel ist das Geheimrezept, um integrierten und damit besseren Kundenservice zu bieten, effizienter und ohne Kompromisse. Mit Zendesk Guide können sich mehr Kunden selbst helfen, Untersuchungen haben gezeigt, dass viele Kunden sowieso lieber nicht mit Ihnen reden wollen. Nichts gegen Sie. Aber Self-Service ist oft viel einfacher. Und wenn es mal um komplexere Dinge geht, können sich Kunden schnell mit einer echten Person kurzschließen. Per Chat, Message oder Talk. Da die Tools miteinander verbunden sind, können alle Konversationen nahtlos zwischen den Kanälen hin und her fließen. Egal wo Sie begonnen haben. E-Mail, Twitter, Instagram oder YouTube-Kommentar. Alle Interaktionen werden in Zendesk Support gemanagt. In dieser einheitlichen Oberfläche finden Ihre Kunden Serviceagenten alle Daten, Kontextinformationen und Tools, die Sie zum Lösen von Problemen brauchen. Das erhöht die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Egal wie Sie wachsen und wie schnell, mit Zendesk bleiben Sie agil. Sie können mühelos Kanäle und Agenten hinzufügen und Ihr Support-Angebot anpassen. Der Mehrwert ist sofort messbar. Und für Ihre Kunden ergibt sich von Anfang an ein besseres Erlebnis. Nennen Sie es ruhig Omnichannel. Für uns heißt es einfach Zendesk.